Unter ein ausgerechter Himmler! Dann soll die Armee bekehrt machen! Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrutscht! Was soll das heißen? Sie können Fähigkeiten nicht finden! Dann suchen Sie ihn! Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist ein Fahnenflucht! Verrat! Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen! Wen soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen? Was hat er mal ausgemacht? Aber dafür wirst du mal ihn auf dem Fall sehen! Der Zambaufinistum hat die Korrektion der Unterricht-Garnet-Möbeln gemacht! Ein Minder-Massion! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Soll er hat uns daran hindern, selbstständig zu denken? Was hat er daraus gemacht? Wie bitte? Fägelein! Fägelein!